Der Konzern Siemens will die Arbeitnehmer in zwei Wochen über den geplanten Stellenabbau informieren. Es stehen massive Veränderungen BEVOR, sagte Personalchefin Janina Kugel am Freitag der Deutschen Presseagentur. Einschnitte müssten sorgfältig durchdacht werden und möglichst sozial verträglich erfolgen. Sobald es einen Plan gebe, werde er mit den Arbeitnehmern im Wirtschaftsausschuss besprochen. Wir haben uns Mitte November vorgenommen, und das werden wir wohl auch einhalten, sagte Kugel. Siemens soll tausende Stellen streichen. Siemens will in der Kraftwerksparte, sowie bei Prozessindustrie und Antrieben wohl mehrere tausend Stellen streichen. Der Konzern hatte sich zu entsprechenden Medienberichten noch nicht im Detail geäußert. Ob auch Werke geschlossen werden, ist noch unklar. In Erfurt, Görlitz, Leipzig und Erlangen gab es bereits Proteste. Die Ministerpräsidenten von Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Berlin äußerten sich besorgt.